Initiate Scan Wired Wired Personnel located Arbitrary Defense System Limited and Operable Big Gun has been destroyed Commit 2 Parastrike Proceed North Intercept Glow is laying in your door and destroy Blackpool Terrier Okay, weiter geht's Schauen wir erstmal hier drauf Nicht zu viel gilt, aber paar Secrets haben wir auf jeden Fall So, ich wurde doch gerade direkt angegründet Mann, das krasse ist Ich hab mir sogar mal ein paar der Gegnern haben angeguckt, aber die meisten wieder vergessen Ich glaub die heißen Icarus Das konnte ich mir noch merken, ja doch Bei denen bin ich mir gar nicht mehr sicher Die hießen aber nicht Drohne oder oder Drone Die hießen anders, aber ich hab's halt echt vergessen Ja, scheiße Kommst du mal näher, bitte Ich glaub ich schiesse ihn einfach von hier hinten schon mal ab Ah ja, geht doch viel schneller Okay, das ist nix Oha Ich denke mal da springe ich mal kurz runter Aua Äh, die heißen Gander Die kleinen Die kleinen Aber ich weiß nicht mehr wie die Chainpasser in echt heißen Aber ich weiß auch nicht ob ich Bock habe Geht's da irgendwie drüber, ne? Ich weiß nicht ob ich Bock hab die Gegner jetzt bei ihrem richtigen Namen zu nennen Die haben mir gefallen, meine Namen größtenteils Okay, wir kriegen ne Rüstung Und Oje Äh, und Das ist auch nen Rebreffer Ah, come on Treff doch Also Ich nehm mal an, wir dürfen gleich ein bisschen auf, äh Ne kleine Tauchpartie gehen, so Jetzt gucken wir erst einmal aber, was hier so in unmittelbarer Nähe sich befindet Okay Ich seh schonmal was Was sich dreht Kann man da hinten vorbei, oder kann man das hier einfach machen? Ja Warte mal Wenn ich jetzt hier Achso, musste man den nur kaputt machen, dass man hier dann ordentlich reinschwimmen kann, oder wie? Oh Gott, die Söhne Lass mich vorbei Mensch Lol, das ist doch Hä, warum ist das ne Secret Area? Ich dachte, da muss man hin Äh Okay, hier ein paar Icarus, äh Icarus, äh Oder wie auch immer Aua 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 Oh Sehr schön Ach du Scheiße Ach du Scheiße Warte mal, ich gucke mal, da ist noch die Leiter, vielleicht haben wir da oben ja Quattermatch, oder sowas Äh Ne schaut nicht danach aus Nur ein bisschen Ausrüstung, okay Okay. Alter, die zerreißt den Typ ja förmlich, die Waffe. Find ich gut. Was ist dieses? Vertraue dem Frieden nicht. Aua. Hä? L-l-lol. Warte mal, ich bin gerade mit etwas komisch gefallen. Ach du Scheiße. Okay, mal schauen. Close Main Anger, Bay Door, Destroy Black Hole Generator, Find and Disable the Power Core. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Äh, Ziele noch vom letzten Level waren oder ob die jetzt aktuell für das Secret Level hier sind. Und ich nehme mal schwer an, dass wir hier auch aufpassen müssen, dass wir nicht rausfliegen. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, kriegen wir da noch Fallschaden? Ne, gut, sehr schön. Na, dann gehen wir hier nochmal. Warte mal, aber ich will mal gucken, ob ich jetzt oben rausfliegen kann, oder... Ah, nee, das hält einen hier tatsächlich... Ach nee, das war sogar nur ein Aufzug. Ich dachte, ich hätte irgendwie... Ich würde von irgendwas angesogen werden. Okay, aber ich kann auch nicht, äh... Ich kann da auch nicht durch, okay. Dann passt alles. Oh Mann. Und tschüss. Oh, okay. Ganz viele von euch. Aber kein Problem. Meine Super Shotgun-Riegel, dieses Problem. Oh Mann. Oh, ausweichend schwierig mit, äh... Wenig Gravitation. Was ist das gemein? So, sehr schön. Ach, da ist noch eine. Alter, wie viele von euch sinken hier heute? Ja, da ist doch noch eine gewesen. Kann die sich mal runtertrauen? Sehr schön. Ich bräuchte nicht einfach, weil ich eine Drohne, weil ich euren richtigen Namen vergessen habe. Offensichtlich ist auch wieder viel Munition hier drin. Boah, nicht ausweichen. Sehr schön, dann kann ich die mir nämlich direkt auch wieder mitnehmen. Und schon ist er wieder voll. Wie viele Gegner habe ich eigentlich schon getötet? Schon einige. Sieht das komisch aus, oder will ich mir das ein? Ich glaube, die sehen ja alle so aus, diese Stellen. Sehr schön. Hier geht's noch nicht durch, ich denke mal. Was ist das? Was ist das? Nix. Okay. Kann man da auch irgendwie hoch, weil... Kann ich hier, aber da hinten... Da schaut's aus, wie als könnte man da dann... Ah, ich komm da aber leider nicht hoch. Schaut's aber ein bisschen aus, wie als könnte man da dann springen. Jetzt müsste ich mal gucken, vielleicht kann ich mir... Das hier... Na. Ne, ich kann es leider nicht als Hilfe benutzen, dass ich höher springen kann oder so. Vielleicht kommen wir ja auf natürlichem Wege nach oben. Okay, bei denen weiß ich wieder nicht, wie sie heißen ist. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das nachgeguckt habe, bei denen. Ich glaube, die habe ich irgendwie übersehen. Wenn mir schon Munition da hingelegt wird, dann kann man sie eigentlich auch einsetzen. Okay, da war noch eine. Jetzt hängt die da oben. Na gut, ich komme irgendwann sowieso. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, ob... Oh Gott. Oh Gottes Willen. Ne. No, jetzt hat er nicht gesprungen. Wahrscheinlich, weil ich genau in dem Moment hier über diese kleine Kante gelaufen bin. Oh, oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Ich spring lieber... Ja. Ja, ja, das ist tückisch. Das ist definitiv... Oh Gott, ich bin zu weit. Oh nee, bin ich nicht. Oh shit, das kann man ja voll vergessen. Das ist nicht einfach. Das wird... Warte mal, kann man nicht vielleicht auch sich einfach hier drauf begeben? Äh... Ja. Ist aber nicht einfach. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder komplett... Zurück. Hier ist wenigstens easy. Da kann ich mich einfach hier so dran drücken. Hier ist wieder nicht so easy. Oh Gottes Willen. Da hätte ich eigentlich fast schon... Oh, warte mal. Na, ach so. Nee, das geht gar nicht so einfach. Ja gut. Na also. Oh Gott, das will... Erste Mal safen. Wunderschön. So, ich hab ein Secret. Wo sind hier wieder extra Drohnen? Es passiert doch immer, wenn ich ein Secret finde. Gehen wir jetzt lieber erst einmal nach oben, hab ich gehört. Oh Gott. Oh, einer. Ja, das ging jetzt relativ ab mit der Waffe. Okay. Oh Gott, das ist ja noch eine. Jetzt wollte ich gerade speichern und da rüberspringen. So, ich nehm mal an. Destroy the computer panel. Ja, gleich. Ich will mich erst umschauen. Wenn ich das... Oh Mann. Ich weiß, dass der jetzt wieder im letzten Level irgendwie rausrennen muss irgendwo oder... Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, er hat echt viel Leben. Ah, wusste ich doch, dass ich hier fast runtergeflogen wäre. Ist hier irgendwas oder... Ah ne, hier komm ich nur zurück. Ah. Interessant, weil da könnte ich theoretisch vielleicht, äh... Dann später auf schnellerem Wege wieder zu dieser einen Tür kommen, die ja offensichtlich noch versperrt ist für mich. Hier ist auch noch... Oh Gott. Ist da... Ah, okay, das... Jetzt muss ich hier halt überall auch nachgucken, ob hier irgendwas ist, ob ich hier irgendwo... Oh, da fällt mir ein, vielleicht... Wir hatten doch noch... Ah, da sind überall Gegner, ist so richtig übel. Äh, stopp, bitte ganz kurz für mich. Danke. Aber wir hatten doch vorher noch die Stelle, wo da diese Pfeiler waren. Vielleicht kann man da von hier aus irgendwo da hinspringen. Ja. Okay. Jetzt ist nur die Frage... Von wo aus macht es mehr Sinn? Ich spring mal von hier, ich glaub. Das ist besser, oder? Hm, war es wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Sehr schön. Wo sinken wir jetzt? Oh. Shit. Jetzt hab ich noch nicht das Secret da, egal. Jetzt weiß ich ja, dass ich einfach nur hier hinten hin muss. Na, vielleicht sollte ich mal doch den Computer kaputt machen. Ich glaub, diese Hangartür muss man erst schließen. Weil sonst wird man da immer wieder rausgesogen. Aber wenigstens hab ich mich jetzt wirklich gut umgeschaut. Und jetzt kann ich eigentlich auch relativ sicher sein, dass das hier nix macht. Forcefield softwaren. Okay. Ah, jetzt muss ich aber erst noch... Jetzt muss ich erst noch überall hin und diese Dinger, äh, ausmachen. Okay, da hätten wir dann nur wieder nen Aufzug. Ach, du Scheiße. Und dann gleiche ich den jetzt einfach mal zu mit dem Paraketen und mal sehen, was mir noch so einfällt. Ah, kein Problem. Der Typ ist easy. Kann nix. Okay, jetzt seh ich schon ein bisschen, äh, Universum. Das muss nicht sein, dass ich da dann reinfliege. Ah, warte, hier ist nur der Aufzug. Und hier ist der andere Ort, wo man rauskommt, oder? Ja. Was muss ich denn hier noch machen? Take out the communications dish. Ah, da oben seh ich was. Oh, shit. Oh, Scheiße. Spring. Spring, bitte. Er springt nicht. Ich werde ins Universum gehen. Und tschüss, ich bin tot. Aber das ist ja mal interessant. Das heißt, hier mal ein paar Schalter. Three more to go. Und hopp. Konnten die die nicht am Boden installieren? Naja, richtig schlimm. Und hopp. Und noch ein Mal. Hopp. Tschüss. Tschüss.